Hier Freunde, die Regale mit so diesem, ich sag mal beige-braunen Boden, da sind heiße Getränke drin und ich glaube, ich probiere jetzt mal hier so einen Morning Shot. Ich dachte erst, die Dose wäre kaputt, aber da ist einfach so ein Muster eingraviert. Im Hintergrund seht ihr jetzt den Family Mart, wo wir gerade waren und da habe ich ja dieses Ding gekauft. Und es ist halt wirklich richtig warm. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Alter, jetzt mal nicht nur rein vom Geschmack, sondern es ist halt einfach die perfekte Trinktemperatur. Man verbrennt sich nicht, aber es ist auch nicht so, dass man denkt, ah, schon ein bisschen kalt geworden. Und geschmacklich ist es auch gut. Es ist einfach so ein Espresso mit so ein ganz bisschen Milch. Ey, ich bin so, Japan ist so, wie soll man, also um es eigentlich zu sagen, es ist so effizient, es ist so perfekt irgendwie, es ist nichts zu fassen gerade.